Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Symphonia und einem für die Steuerung ekligen Dungeon. Uh, es hat mal getroffen. Ich bin so verwundert deswegen, weil ich die letzten Kämpfe über nur rumgesprungen bin. Aber kaum Rising Falcon durchgebracht hat. Pupu Quarz. Leute, maximale KP erhöht, what? Und Janice hat einen Titel extra erhalten. Ja, dann machen wir mal so, ne? Hier ist nichts mehr. Okay. So, und jetzt muss ich hier lang nochmal, um auf die andere Seite zu kommen, um runter zu kommen. Und da unten weiter zu gehen. Zack. Ne, das war falsch. Ach, komm schon. Ne, das war richtig. Ne, das war richtig. Ich brauch nen Schnaps. Ich brauch nen Schnaps. Und Licht. Ich hab B gedrückt. Was soll'n die Scheiße jetzt? Was soll'n die Scheiße jetzt? Okay. Das ist jetzt gelbes Geblitze. Oh, komm schon. Das wird ein Stückchen. Hier geht's. Rising Falcon. Moton. Power shield. Swallow kick. Jawoll. Jawoll. Hier vorne irgendwo im Raum hatte ich auch noch ne gelbe Kiste. Hier im Raum, ne? Ach, scheiße. Und Gegner waren hier natürlich auch. Oh, Leute. Warte mal. Heavy Tiger Blade? Hätte doch auch schon den Monique Tiger Blade, oder? Muss gleich mal nachsehen. Ja, wo haben wir's denn? die monik tiger bläder das ist rot und das ist eine kiste mit dem kometen der vollständigkeit halber ach komm schon kann doch nicht wahr sein so gab es hier gab es doch auch etwas mit der gelben kiste nicht hier dann hier links glaube ich ja genau ich finde es immer wieder witzig die gegner durch meine skills durchschlagen können und mich blocken aber ich ne wenn ich ein skill durchführe der die eigentlich blocken müsste schlagen die schlagen die auch dadurch links runter ist glaube ich eine plattform wirklich das rätsel ist für die steuerung einfach nicht vorgesehen tales of symphonia könnte an vielen stellen besser sein wenn die steuerung mitspielen würde das sind aber wirklich alles rätsel die an der steuerung scheitern ich drücke nach rechts oben und er läuft nach rechts also in der steuerung sind die figuren von der grundbewegung her zu sehr in den vier achsen festgegangen wenn ich laufe und währenddessen den controller drehe dann läuft er auch schräg aber so ansonsten ist es zu hakelig diesem zusenden den achsen fragt das macht so eine rätsel super unangenehm dass die steuerung ist wow die steuerung ist einfach super ungenau achtung blitz wow das war knapp wenn ich noch länger hier wenn wir noch länger hier bleiben werden wir gegrillt ich frage mich ob das gebäude selbst auch in der schwankung steht aber du hast recht wir könnten jeden moment einen schlag bekommen aber wir haben noch keinen pack mit dem elementargeist wir müssen wohl schnell finden ja gut dann die ganze scheiße mit den gelben blöcken machen ach komm schon so so alle weg gesmashed strahlender ritter das ist mal sehr los mit kämpfen au äh muss ich jetzt hier lang nö ach komm schon ich wollte dir sogar aus dem weg gehen was für ein beast habe ich gerade genutzt das war irgendwas mit beast tempest beast ach ich habe kein speicherkristall vermutlich war der speicherkristall da oben in der einen kiste fahrer und fahrer 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 so speicherkristall gefunden gott sei dank da ist er ja und jetzt vermutlich muss die kugel irgendwie anstoßen und keine ahnung ich weiß nicht verstehe nicht warum ich das ja das kaputt gemacht hat weil hier drinnen nicht irgendwo auch was mit einer gelben kiste als ob der nicht über die ecke kommt ich kriege eine gräne von dem level naja ich muss höher stimmt aber ja was ja okay die kisten sind respawn das heißt da gibt es ein rätsel dass sie lösen was okay this is going to be cake tempest no way moton like that ready for this first day hot 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 Bin ich jetzt richtig? Nein. Uff. Hä, wie kam ich denn da vorhin nochmal hoch? Ach, hier rechts lang. Stimmt, hier habe ich ja nicht nochmal reingeschaut. Ja, genau. Okay, und der ist jetzt auf der Maschine da unten. Oh, come. Du bist in einer Welt Schuld. Okay. gendeine Frau, wie das? Also, das ist die Wege. Wie das Verlust mit Feuerzeilen? Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. kann dann kann ich nämlich nach der folge ausmachen ich krieg echtes kotzen mit der folge ok jetzt muss ich wieder da hoch und da oben ausmachen damit es da unten einschlagen kann und weil ich null orientierung habe weiß ich nicht welcher weg derjenige ist der hochführt ich will meine tempelprüfung aus final fantasy 10 wieder ein bisschen entspannter ich habe mich im dunkel da durch manövriert scheiße oh komm schon was ich gehe nach der folge aus dem mittagessen this is gonna be a piece of cake so und zwischendurch mal ein bisschen mana auffüllen nämlich einfach mal nicht kaste so was tut es mein schatz da hat es durch den glitzschlag in betrieb gesetzt worden ich frage mich wozu das ding gut ist also ich glaube jetzt zum speicherkristall zurück speichere dann kurz zum speicherkristall zum speicher punkt speichere kurz und nach aus ok hier ist es gelöst auch aktiv hey die maschine ist in betrieb sie ist wahrscheinlich mit der maschine verbunden durch den blitzschlag in betrieb gesetzt worden ist komm schon lass es uns versuchen ok es ist wie das rohlenlabyrinth aus mario party 1 muss nämlich ein signal da hochschicken das war ordentlich eine geschoben kriegen richtig gut nein hier bin ich immer noch falsch scheiße ich lasse jetzt absturz mal dann war nicht dort in der hauptkammer muss mich da nicht durch kämpfen dann kann ich hier reingehen kommen direkt zum speicher punkt gehen nicht über los sie kennen 2000 g1 und bin fertig bin der rede ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs zusehen hoffiert und spaß ich hoffe ihr seid weiterhin leidensfähig genauso wie ich wir wünschen euch noch einen wunderschönen tag bis dann und tschau tschau